So, machen wir gleich diese Mission? Am besten wirklich diese Mission gleich. Könntest du mich hören? Wir brauchen Hilfe. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Okay, ja, ähm, wir sind auf jeden Fall hier zurück, jetzt, ähm. Ich hab gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Sehr witzig. Wie wär's, wenn ich dein Arm... Ja, sehr witzig. Kursch. Ja, wir brauchen die Punkte. Und wir befreien sie doch gerne. Wenn du deine Werkzeuge zerstörst, lassen wir dich mit bloßen Händen graben. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Du weißt, was das bedeutet. Mehr Waffen und mehr Gemetzel. Die Schaufel hast du absichtlich zerbrochen. Dafür witzig. Solche Qualen für eine einzige zerbrochene Schaufel. Ich dachte, ich wüsste, was Grausamkeit bedeutet. Doch die U-Bucks haben mich eines Besseren belehrt. Okay. Ich bin schon weg. Oh, servus! Ich brauch keine Informationen mehr über dich. Ich mein, hab ich dich gefunden? Kennst du mich schon? Ich bin der Weibläufer. Ich bin der Weibläufer. Oh, servus! Oh, servus! Oh! Oh, ich liebe auch das Kämpfen, das... Und... Ciao! Adios, Mujajos! Schön, dich kennengelernt zu haben. Ähm... Ah, Gott. Es sind auf jeden Fall jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs neue nachgerückt. Ich kann meinen Sklaven sicher schön laut schreien lassen, wenn ich ihm die Gedärme herausreiße, bevor ich ihm den Kopf abschlage. Machen wir diese Mission. Okay. Machen wir die Art auf jeden Fall hin. Ja! W победer? Ja. 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 Was ist das? Okay Was ist das? Oh! Oh shit, das ist... Oh shit, das ist... Oh shit, das ist... Also das ist wirklich eine Herausforderung, die... Nicht so leicht zum Bewertigen ist für mich... Oh shit, das ist... Oh shit, das ist... Oh shit, das ist... Oh shit, das ist... Oh shit... 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 das genau habt ihr das gelesen das ist natürlich das was wir jetzt brauchen können wem war das war das bei dem schwert das werden kommt herz mehr kommt sein spruch das kein spruch verstehe ich komplett bin voll deiner wahnung aber leider kann es mal angehen ich habe schon drei belagerungen durchgemacht es 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 UNTERTITELUNG Ja, das ist halt so eine Sache, also, was ich denke und was ich dir schon angetan habe. Das ist natürlich jetzt bitter. Tut mir echt lacht, du sicher nicht. Du heute auch nicht, glaube ich. Das ist der Tag. Ich schätze die Mörder ist weg. Vielleicht habe ich nur schlecht draufgekommen. Jetzt bei mir! Ja, du blingst! Ja, du blingst! Hör auf, dich zu bewegen! Ja, das ist ein harter Fallziel. Ich muss mich kurz unterbrechen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Mach's gut! Ciao! Ja!